Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Hier lang. Okay, wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Okay. Alles klar? Ich versuche, warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind auch in der Stadt? Das war's. Okay, kommt alle weiter. Hey, hörst du? Ja, ich höre es, aber ich sehe nichts. Da drüben. Da! Erledigt. Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Das war's für heute. Hey Joel, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich seh ihn. Oh, Scheiße! Da drüben! Ich brauch Deckung! Okay, Achtung! Okay, Achtung! Tote Aslan! Los, ich hab die Deckung. Okay. Okay, Achtung! Was für eine Dämmel, was dran ist, ist ein Typ. Achtung! Nicht aus der Karte! Es ist die Karte! Dich, diese B 곁! Ah, okay. Geschafft. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Oh nein. Ah, Mist! Los! Los! Halt, halt, halt. Hey! Sie sind hier drüben! Oh shit! Oh nein. Erledigt. Los, kommt schon. Okay, schau mal nach. Alles klar! Sam! Los geht's! Okay, los, auf geht's! Komm schon! Schneller, schneller! Stoppieren! Ellie! Der hat dich! Los! Okay, hol den hoch! Es tut mir leid. Wir hauen ab! Was? Was? Was soll der Schwachsinn? Hey! Jetzt! Was zum Teufel, Henry! Oh shit. Noch einmal! Und los! Wir bleiben zusammen! John, na los! John, Hilfe! Hilfe! So, rein ins Gebäude! Mach frei! Okay, los! Oh, Mist! Los! Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Und da los! Wer haben sie wohl gefunden? Schwärmt aus! Vielleicht kommen sie hier lang! Schwärmt aus! Geht mir das Echo! Mal sehen, was wir finden. Nicht schlecht, oder? Nicht so bescheiden. Danke. Danke. Gut, krieg ich mir durch. Öffnen! Verdammt, los! Wir entschüchen noch! Da! Los, los, los! Jetzt, schau! Scheiße. Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich geb dir Deckung und dann rennst du. Oh Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie! Keine Diskussion. Ellie! Verdammt! John! Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was hab ich gesagt, hm? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann? Henry! Hey, 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 hey. Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Wird ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Ihr wärnt getrunken. Es ist schon gut. Ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Traust du ihn? Ja, tu ich. Hey, mach dir keine Sorgen. Alles ist gut, okay? Ja. Vertrau mir in der Sache, Sam. Okay? Klar. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ich bin schon dabei. Augen offen halten. Das war noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist es etwas anders. Eins nach dem anderen. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool. 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 Okay. Okay. Hier lang. Da vorne scheint ein Weg zu sein. Gleich hier. Können wir nicht hier raus? Nein, da kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Es klemmt. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. Ich mach mich mal um. Bleibt wachsam. Ich mach mich mal um. Oh shit. Oh shit. Oh, shit. Ja, ich bin noch ganz. Ja, ich bin noch. Ja, ich bin noch. Ja, ich bin noch ganz. 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 Ja, ich bin noch. 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 Ja, ich bin noch.